ich gehe jetzt mit drei zusten online ist reich dann macht doch das ist nicht nur das bild scheiße sondern auch schon die audio normalerweise wird man hier gepermabandt wenn man eigenwerbung by the way macht warum der hate gegen nur jetzt was ich verpasst ihr müsst checken was manchmal joke ist und was halt wirklich ernst ist also